Stark, Kader. Jetzt klärt die Legenden-Prinzessin alles auf Punkt Wechseljahre. Für Dschungel-Camp-Prinzessin Kader wird das Thema größer, als gedacht, Vorsicht, ich bin in den Wechseljahren. Mit dieser Kampfansage zieht Kader Loth ins südafrikanische Legenden-Camp. Mit ihr werde es also garantiert nicht langweilig, denn sie könne schließlich jederzeit explodieren, so sollte ihre Message sein. Dass ihr das in einem völlig anderen Zusammenhang zum Verhängnis werden könnte, daran hat die 51-Jährige wohl nicht im Traum gedacht. Ausgerechnet Julia Siegel ist es, die Kader diesen körperlichen Prozess als willkommenen Beleg für deren vermeintliche Lüge vor die Füße wirft. Warum, so die 49-Jährige dreifache Mutter, wickele sie eine Binde in Toilettenpapier ein, wenn sie doch in den Wechseljahren sei und somit auch ihre Tagen nicht mehr hätte? Dass sie sitzt. Unabhängig von der fachlichen Falschheit dieser Aussage, die Wechseljahre, in denen sich ein unregelmäßiger Zyklus etabliert, sind nämlich nicht zu verwechseln mit der Menopause, der letzten Menstruation einer Frau, fühlt sich Kader damit bloßgestellt, in der privatesten Intimsphäre getroffen. Und das ausgerechnet von einer Frau. Noch dazu einer, die ansonsten so viel Wert auf Anstand und Empathie legt. Von Frau zu Frau beredet man so ein sensibles Thema unter vier Augen, betont Kader jetzt noch einmal mehr im Dschungelcamp-Podcast. Und dann erzählt sie den wahren Grundpunkt Dschungelcamp 2. Kader Lot, leide unter einer schwachen Blase. Nach meiner Gebärmutter-Operation leide ich unter einer schwachen Blase. Weil, wenn die Gebärmutter raus ist, verliert die Blase den Halt, beginnt Kader zu erklären. Auch Beckenbodenübungen, die sie schon lange mache, würden da nicht wirklich helfen. Deshalb benutze sie eben Binden- oder Slip-Einlagen. Ich gehe ohne Slip-Einlagen nicht raus, weil ich es manchmal nicht schaffe, aufs Klo zu gehen. Die ersten Tropfen landen in der Binde. Ist das nicht peinlich, dass ich über so etwas überhaupt reden muss? Mich rechtfertigen muss, wegen einer Siegel? Peinlich vielleicht. Stark auf jeden Fall. Und damit ist dieses Kapitel wohl jetzt auch endlich geschlossen.